Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit euren astrologischen Tendenzen für den Monat März. Schaut doch mal bitte als erstes unten in die Videobeschreibung, da stehen nämlich die genauen Zeiten drin, wann jedes Sternzeichen drankommt. Es gibt immer wieder Zuschauer, die fragen, wie sie das denn finden. Also hier unten im Text unter diesem Video könnt ihr euch informieren, wann es für euer Sternzeichen losgeht. Natürlich könnt ihr auch eine ganz persönliche Beratung bei mir buchen. Meine Infos und mein Kundentelefon habe ich ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt und ihr findet sie auch hier auf der Infokarte. Und mehr über meinen Service, die nächsten Webinare und was ich euch sonst noch so zu empfehlen habe, erfahrt ihr auch am Ende des Videos im Serviceteil. Und da geht es dann auch zur Verlosung. Und diesen Monat habe ich ein ganz exklusives Geschenk für euch, nämlich ein schriftliches Transitoroskop mit den Tendenzen für die nächsten zwölf Monate, also praktisch ein persönliches Jahreshoroskop. Dieses Horoskop gibt es im Moment noch nicht zu kaufen. Es wird aber demnächst auch bei kosmogramm.de online gehen. Und wann es soweit ist, das erfahrt ihr natürlich von mir hier auf YouTube oder in meinem Newsletter. Und für den könnt ihr euch auf meiner Homepage anmelden. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom April bekannt. Deswegen müsst ihr euch die natürlich dann auch unbedingt anschauen. Jetzt wollen wir aber loslegen und wir beginnen wie immer mit dem Sternzeichen Widder. Ja, liebe Widder und Widder-Ascendenten, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im März Geburtstag habt. Dieser Monat begünstigt auf jeden Fall diejenigen von euch, die Planeten in den Fischen haben oder die sich überhaupt mehr als sanftmütige Widder empfinden. Die anderen, die typisch ungeduldig sind und gern schnell voranstürmen, werden die Energie vielleicht teilweise als zu langsam und zu gemütlich empfinden, jetzt wo der Mars im Stier steht. Aber das hat auch sein Gutes, denn der Energieplanet wandert durch euer Geldhaus. Und das heißt, in finanzielle Angelegenheiten kommt Schwung hinein, Rechnungen werden bezahlt und ihr bekommt, was euch zusteht. Dumm ist nur, dass gleichzeitig Merkur rückläufig ist. Und da soll man sich ja dann immer mit Verträgen zurückhalten. Aber finanzielle Vereinbarungen, die schon bestehen, sollten diesen Monat gut für euch laufen. Gesundheitlich kann es durchaus sein, dass ihr euch zeitweise müde und schlapp fühlt, wahrscheinlich auch, weil ihr im Januar und Februar so viel Gas gegeben habt. Schaut doch einfach, dass ihr gelegentlich mal zur Ruhe kommt und Zeit habt, zwischendurch mal auszuspannen. Ab dem 20. wird das besser. Der Merkur wird am 5. März rückläufig und dann haben wir den Neumond am 6. März und der ist sehr spirituell. Wenn ihr euch für Spiritualität interessiert oder in dem Bereich tätig seid, dürft ihr euch auf Inspirationen und Botschaften aus der geistigen Welt freuen. Und diese Tendenz hält noch bis Ende des Monats an. Wer mehr praktisch veranlagt ist, kann den Neumond nutzen, um mit den Botschaften der eigenen Seele in Kontakt zu kommen. Das wird besonders wichtig für die Merzwider, die jetzt den Chiron auf der Sonne stehen haben. Chiron bringt euch in Berührung mit eurem wunden Punkt und zeigt euch, wo ihr selbst menschlich und verletzlich seid, wodurch ihr dann auch mehr Verständnis für die Kümmernisse anderer bekommt. Insofern ist das eine sehr wichtige Konstellation, wenn ihr euch als Evolutionsagenten sozial und helfend einsetzt. Schaut euch doch dazu auch nochmal mein Video über Chiron im Widder an. Beruflich gibt es für euch jede Menge zu tun und viele von euch müssen ordentlich ranklotzen. Und das gelingt besonders gut zwischen dem 10. und dem 24. März. Also schaut, dass ihr euch vorher ein bisschen ausruht, damit ihr dann wieder Gas geben könnt. Die Venus steht euch hilfreich zur Seite. Sie wandert bis zum 26. durch den Wassermann und bildet super Aspekte zur Wittersonne. Beruflich begünstigt das euer Netzwerk und eure Kontakte und privat ist es toll für Freundschaften. Wenn ihr zum Beispiel einen Winterurlaub geplant habt, würde das mit der Clique nochmal so viel Spaß machen. Dann kommt der Frühlingsanfang und das ist dann am Mittwoch den 20. um genau 22.58 Uhr. Dann tritt die Sonne in euer Zeichen ein und das ist dann die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und praktisch zeitgleich, nur wenige Stunden später, haben wir dann den Vollmond. Das ist dann der 21. März um 2.42 Uhr. Und zwar in den Zeichen Widder und Waage. Also direkt bei euch auf der Beziehungsachse. Wundert euch also nicht, wenn ihr nicht schlafen könnt. Und damit beginnen dann vier Wochen mit viel Schwung und Lebensfreude für euch. Und vor allen Dingen kommt so richtig Schwung in euer Beziehungsleben. Denn die Sonne ist dann in eurem eigenen Zeichen und bringt euch Vitalität und Ausstrahlung und auch Lust zum Flirten. Und Widder Singles bekommen Lust, vor allen Dingen neue Flirts anzufangen. Und die Liierten haben Spaß im gemeinsamen Freundeskreis. Aber seid euch bewusst darüber, dass die Menschen um euch herum nach wie vor recht emotional reagieren. Und wenn ihr zu forsch und zu hektisch handelt, könnt ihr euch damit manche schöne Liebeschance verderben. Top-Tage für die Liebe und Freundschaft sind der 25. und 26. März. Und am 31. März geht euer Herrscher Mars ins Zeichen Zwillinge. Und alle aktiven und ungeduldigen Widder sind dann wieder im April in ihrem Element. Und als nächstes geht es jetzt weiter mit dem Sternzeichen Stier. Hallo ihr lieben Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Energiespender Mars läuft noch bis Ende des Monats durch euer Zeichen. Und das heißt, dass ihr ein großes Pensum geschafft bekommt. Außerdem gibt es noch ein kosmisches Großereignis. Unruhestifter Uranus wandert nun endgültig in euer Zeichen für die nächsten sechs Jahre und bringt kleinere und größere Veränderungen mit sich. Als erstes wirkt das auf die Aprilstiere, die genauen Geburtstagskinder und die Deutung findet ihr in meinem Jahrbuch mit dem Jahreshoroskop. Und schaut euch doch bitte auch nochmal mein Special über Uranus im Stier an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es heißt Wind des Wandels. Und während die betroffenen Geburtstagskinder wahrscheinlich bereits spüren, dass sie in ihrem Leben etwas verändern möchten, gilt für alle Stiere, dass der März beruflich ein erfolgreicher Monat für euch werden dürfte. Den schönen Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, solltet ihr zu eurem Mantra machen. Denn wenn ihr etwas anpackt, dann ziehen auch die anderen mit und ihr könnt viel erreichen. In der ersten Woche des Monats lassen sich dabei gut berufliche Kontakte aus eurem Netzwerk aktivieren, um Projekte voranzutreiben. Allerdings gibt es Spannungsaspekte mit der Venus in diesem Monat und die weisen darauf hin, dass ihr ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, um die Beteiligten nicht vor den Kopf zu stoßen. Gegebenenfalls müsst ihr Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen, auch wenn diese euch noch so rätselhaft und unbegründet erscheinen. Wenn der Stier mal in seinen Rhythmus gefunden hat, findet er es manchmal lästig, auf die Befindlichkeiten anderer zu achten und darüber kann es zu Konflikten kommen. Am ehesten wohl mit anderen Stieren oder Löwen, Skorpionen und Wassermännern. Auch eure persönlichen Beziehungen bedürfen besonderer Achtsamkeit. Die Menschen sind empfindlich und emotional und wünschen sich Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und der Mars in eurem eigenen Zeichen, so schön das auch ist für euren Schwung und euren Erfolg, der kann eben auch rücksichtslos machen. Hilfreich ist für euch der spirituelle Neumond am 6. März. Er fällt nämlich bei euch ins Haus der Freundschaft. Denkt doch aus diesem Anlass mal über eure Kommunikation mit euren Freunden nach und wie man sich vielleicht mit Empathie und auch ohne Worte verstehen kann. Das ist gerade jetzt besonders wichtig, weil der Merkur ab dem 5. März rückläufig ist und eine Tendenz zu Missverständnissen anzeigt und der steht ja ebenfalls bei euch im Haus der Freundschaft. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr harmonisch durch den Monat kommen wollt. Das Wochenende vom 16. und 17. März solltet ihr euch für nahestehende Menschen frei halten. Am 20. März spätabends um 22.58 Uhr haben wir dann den Frühlingsanfang. Da geht die Sonne in den Winter und direkt im Anschluss ist Vollmond. Der ist dann in der Nacht zum 21. und da kann es nochmal zu Spannungen kommen. Vor allem, falls ihr vorher jemanden verärgert habt, weil ihr stur euer eigenes Ding durchgezogen habt. Dann wird es spätestens Zeit innezuhalten und sich den betroffenen Personen zu widmen. Für Stier Singles ist das Wochenende vom 23. und 24. März ein Geheimtipp zum Flirten und Ausgehen. Und am 26. wandert die Venus in die Fische in euer Freundschaftshaus und am 28. wird der Merkur wieder direktläufig. Das sind gute Aspekte, um eventuelle Missverständnisse liebevoll aus dem Weg zu räumen. Am 31. März verlässt der Mars euer Zeichen und wandert dann in die Zwillinge. Das ist dann wieder eine Umstellung für euch. Mehr dazu erfahrt ihr im Horoskop für den April. Und gleich geht es weiter mit dem Sternzeichen Zwillinge. Hallo liebe Zwillingegeborene und Zwillinge-Ascendenten. Jetzt schaue ich für euch in die Sterne für den März. Bei euch gibt es eine Konzentration der Planeten in den Fischen in eurem Karrierehaus und mit dabei ist der Merkur. Und der wird ja am fünften rückläufig. Ihr müsst also aufpassen, dass es bei euch nicht beruflich zu unklaren Situationen kommt oder es kann Verzögerungen oder Missverständnisse geben. Die Konstellationen sind auch typisch für einen Chef oder eine Chefin, die selbst nicht weiß, was sie will. In solchen Situationen könnt ihr dann einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Wenn ihr in einem kreativen Beruf oder in den Medien tätig seid, dann sind die Konstellationen angenehmer, denn sie fördern die Fantasie und den bildlichen Ausdruck. Aber auch dann ist es wichtig, genaue Absprachen zu treffen, denn sonst haben vielleicht die Beteiligten unterschiedliche Vorstellungen und sind dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden. In diesem Bereich fällt für euch auch der spirituelle Neumond am 6. März. Ihr könnt zu Neumond über eure eigenen Ziele und Herzensprojekte meditieren oder auch darüber nachdenken, ob diese mit eurer Karriereausrichtung übereinstimmen. Ihr könnt euch auch vornehmen, in den kommenden vier Wochen stärker aus dem Bauch heraus zu handeln und eurer Intuition zu folgen, wenn ihr durch Nachdenken und Logik nicht mehr weiterkommt. Eure Liebeschancen sind im März weiterhin großartig mit Glücksplanet Jupiter in eurem Partnerhaus. Auch die Venus steht die meiste Zeit sehr günstig zur Zwillinge Sonne und das Flirten und Anwandeln fällt euch nicht schwer. Aber damit es dann auch weitergeht und alle Beteiligten Freude dran haben, müsst ihr ein bisschen Sorgfalt walten lassen, was ihr sagt und was ihr meint und auch bei anderen mal zwischen den Zeilen lesen. Die Planeten in den Fischen stehen in Spannung zur Zwillinge Sonne, da kann es also zu Problemen in der Kommunikation kommen und ihr redet dann vielleicht mit eurem Flirt oder eurem Herz allerliebsten aneinander vorbei. Zwillinge haben ja oft eine spitze Zunge, vielleicht solltet ihr einfach mal auf Witzchen und Scherze verzichten, wenn sie die Gefühle anderer verletzen könnten. Ab dem 20. spätabends geht dann die Sonne ins Zeichen Widder und dann haben wir Frühlingsanfang und es kommt mehr Leichtigkeit auf. Und der Vollmond am 21. März in den Zeichen Widder und Waage steht sehr günstig für euch, vor allem für Liebe, Freundschaften und Flirts. In den vier Wochen darauf werdet ihr viel Spaß haben. Am 26. wandert die Venus in die Fische und am 28. wird der Merkur wieder direktläufig und das alles bei euch im Karrierehaus. Dann lassen sich auch berufliche Missverständnisse wieder klären, dafür braucht es aber noch einiges Fingerspitzengefühl. Im April könnt ihr wieder richtig Gas geben, denn dann wird der Mars durch euer Zeichen laufen und das gibt euch Kraft, die Initiative zu ergreifen. Und jetzt wenden wir uns dem Sternzeichen Krebs zu. Hallo ihr lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, jetzt kommen wir zu euren Sternen für den März und die sehen sehr gefühlvoll aus. Die meisten Krebsgeborenen und Krebsaszendenten sind sehr empathisch und haben ganz feine Antennen dafür, wie andere sich fühlen. Wenn ihr zum Beispiel als Therapeuten oder Berater tätig seid, werdet ihr bestimmt sehr erfolgreich sein. Die Junikrebse könnten allerdings in dieser Hinsicht Herausforderungen erleben, denn der Chiron ist ja nun im Widder und bildet eine Spannung zur Krebssonne. Das heißt, dass eure wunden Punkte sich bemerkbar machen und ihr besonders empfindlich seid. Falls ihr eine Krankheitsdisposition habt, kann die zu Tage treten und euch auffordern, gut zu euch selbst zu sein. Und mehr dazu, auch darüber, dass der Chiron ja jetzt in euer Karrierehaus wandert, findet ihr in meinem Special über Chiron im Widder. Das solltet ihr euch nochmal anschauen. Davon abgesehen stehen aber die meisten Planeten günstig zu euch, weil die an den Fischen stehen. Und auch der Mars, der im Stier steht, gibt euch guten Schwung und Unternehmungsgeist. Und er steht im Freundschaftshaus und es zeigt Freunde, die euch tatkräftig und in praktischen Belangen unterstützen, wenn ihr darum bittet. Natürlich habt ihr weiterhin Saturn und Pluto im Partnerhaus. Das heißt, für viele Krebse sind Partnerschaftsthemen teilweise belastend. Aber da sorgen jetzt die sanften Aspekte für einen Ausgleich und es fällt euch leichter, liebevoll aufeinander zuzugehen. Dabei dürft ihr aber nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, weil ja der Merkur ab dem Fünften rückläufig ist. Besinnt euch auf eure Fähigkeit, die Wahrheit hinter den Worten zu erkennen. Eure Liebsten meinen es wahrscheinlich gut mit euch, sogar wenn sie sich vielleicht unbeholfen ausdrücken oder wenn es zu Missverständnissen kommt. Besonders versöhnlich stehen die Sterne für euch in den Tagen um den spirituellen Neumond am 6. März. Ihr könnt die Neumond-Meditation nutzen, um Pläne für eure gemeinsame Zukunft zu machen und euch gegenseitig anzuvertrauen, welche romantischen Träume und Wünsche ihr habt. Und wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr visualisieren, wie euer Traumpartner sein soll. Immerhin habt ihr ja den aufsteigenden Mondknoten in eurem Zeichen und vom 11. bis zum 17. März sind die Chancen besonders groß, auf einen Seelenpartner zu treffen. Die Venus wandert die meiste Zeit durch den Wassermann und zeigt für euch eine große Sehnsucht an bei den Festliierten. In ihrer Partnerschaft besondere Momente zu erleben. Lasst euch was einfallen, eure Partner sind offen für Überraschungen. Vor allem in der Zeit vom 18. bis 23. März. Ja, am 20. haben wir dann spätabends den Frühlingsanfang, nämlich um 22.58 Uhr und gleich darauf in der Nacht ist der Vollmond und zwar auf der Achse Widder und Waage und der steht ein bisschen in Spannung zu eurer Sonne. Und wenn ihr in den ersten Zeichen des Krebszeichens Geburtstag habt, dann solltet ihr auf eure Gesundheit Acht geben, denn der Vollmond kann ziemlich anstrengend für euch werden. Für die kommenden vier Wochen aktiviert dann die Sonne euer Karrierehaus und bis Ende März bekommt ihr gleichzeitig noch Unterstützung von Mars. Das ist günstig, um beruflich voranzukommen. Am 26. März wandert die Venus dann in die Fische und bildet traumhaft schöne Aspekte zur Krebssonne mit viel Harmonie und kurz darauf wird auch der Merkur wieder direktläufig. Das sind superschöne Aspekte für eure Frühlingsgefühle. Die kommenden Wochen sind dann wunderbar geeignet zum Verreisen und Singles können dabei der Liebe begegnen. Mehr darüber erzähle ich euch dann in dem Video für den April und hier geht es weiter mit den stonzen Löwen. Hallo ihr lieben Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Eure Sterne im März sehen richtig gut aus. Glücksplanet Jupiter sorgt für Schwung und Lebensfreude und die Venus im Wassermann steht in eurem Partnerhaus. Das heißt, ihr seid gesellig und beliebt. Falls ihr noch bis zum 5. März Karneval feiert, werdet ihr garantiert viel Spaß haben. Aber den 5. März solltet ihr auch euch merken, weil dann nämlich der Merkur rückläufig wird. Löwe-Singles haben viele Gelegenheiten zum Flirten und das funktioniert auch gut übers Internet. Und Top-Tage zum Anwandeln sind der 8. und 9. und der 14. und 18. März. Die liierten Löwen sind sich mit ihren Liebsten herzlich zugetan. Der spirituelle Neumond vom 6. März fällt bei euch ins 8. Haus. Das ist der Bereich der intimen, verbindlichen Beziehungen, da wo man sich seine Geheimnisse und sein Geld teilt. Ihr könnt die Neumond-Meditation nutzen, um euch tiefer aufeinander einzulassen und euch zu überlegen, was ihr in den kommenden vier Wochen miteinander ausprobieren wollt. Etwas Erotisches oder ein gemeinsames Hobby oder vielleicht auch eine neue Anschaffung, da habt ihr viele Möglichkeiten. Wenn ihr alleinstehend seid, ist das ein toller Neumond, um spirituelle Geheimnisse zu erforschen. Oder ihr konzentriert euch darauf, was ihr euch von einer festen Partnerschaft wünschen würdet. Bei all dem müsst ihr beachten, dass ihr eure Wünsche klar und deutlich formuliert, sei es ans Universum oder einen Partner oder an euch selber, denn der Merkur wird ja ab dem 5. März rückläufig. Passt da gut auf und vermeidet es möglichst bis zum Ende des Monats, Finanz- oder Versicherungsverträge zu unterschreiben. Zu Neumond tritt auch der Uranus endgültig in den Stier ein und bildet dann in den kommenden sechs Jahren sehr wichtige und herausfordernde Aspekte zur Löwesonne. Wenn ihr ganz zu Anfang eures Sternzeichens Geburtstag habt, seid ihr wahrscheinlich bereits in dem Prozess, dass ihr etwas Wichtiges in eurem Leben oder eurer Karriere ändern wollt oder auch müsst. Ich bin darauf in meinem Jahrbuch ausführlich eingegangen und ihr könnt euch auch noch mal mein Video zu Uranus im Stier anschauen. Es heißt Wind des Wandels. Beruflich ist es für alle Löwen, einen Monat mit sehr guten Möglichkeiten voranzukommen oder auch um neue Initiativen zu starten, denn der Mars im Stier steht bei euch im Karrierehaus. Aber ihr müsst darauf achten, dass ihr einen diplomatischen Umgangston behaltet, denn mit dem Mars, der da in Spannung zu eurer Sonne steht, das macht euch tendenziell so ein bisschen gereizt, wenn nicht alles nach euren Vorstellungen läuft. Ihr erreicht aber am meisten, wenn ihr den Teamgedanken hochhaltet. Besonders produktiv ist die Woche vom 11. bis zum 15. März. Und am 20. März abends um 22.58 Uhr ist dann der Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Sie steht dann vier Wochen top zur Löwesonne und bringt euch zusammen mit Jupiter Erfolgsmöglichkeiten auf der ganzen Linie. In der Nacht zum 21. ist dann auch gleich der Vollmond auf der Achse Widder und Waage. Er steht günstig zur Löwesonne und wenn ihr nicht schlafen könnt, denkt einfach über eure spannende Zukunft nach. Am 26. März wandert die Venus ins Zeichen Fische und beglückt die fest liierten Löwen mit liebevollen Impulsen. Für alle Löwen, also auch für die Alleinstehenden, heißt das außerdem, dass Geld und Werte, die ihr gemeinsam mit anderen besitzt, begünstigt werden. Verträge könnt ihr dann ab dem 28. wieder unterschreiben, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Aber am besten wartet ihr noch ein bisschen bis zur zweiten Aprilwoche, wenn es geht. Und jetzt geht es hier weiter mit den schlauen Jungfrauen. Hallo ihr lieben Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Für euch wird es ein Monat mit vielen liebevollen Momenten, denn ihr habt jede Menge Planetenkräfte im Partnerhaus. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass der Merkur ja am 5. März rückläufig wird und zurzeit überhaupt dauernd mit dem Neptun zusammensteht und dadurch neigt ihr möglicherweise mehr als sonst zu Wunschträumen und einer unrealistischen Einschätzung von Situationen. Vielleicht kennt ihr euch selbst gar nicht wieder, weil ihr doch sonst so schlau und scharfsinnig seid. Für die Liebe kann es aber sogar ganz gut sein, wenn ihr die Dinge wie im Weichzeichner seht. Der spirituelle Neumond vom 6. März fällt in euer Partnerhaus und bringt eine geradezu magische Energie in euer Beziehungsleben. Vielleicht fangt ihr eine neue Romanze an und seid mächtig verliebt und wenn ihr schon gebunden seid, unternehmt doch etwas Kulturelles, was die Fantasie anregt und euch künstlerisch gefällt. Daraus entstehen schöne gemeinsame Erinnerungen. In eurer Neumond-Meditation solltet ihr euch jedenfalls das Thema Partnerschaft, romantische Liebe oder die spirituelle Liebe vornehmen. Top-Tage für die Liebe und Flirt sind der 6. und 7. und der 12. und der 16. März. Die Venus, die läuft durch den Wassermann und das zeigt an, dass ihr in eurem Arbeitsumfeld Spaß habt und beliebt seid. Vielleicht fangt ihr sogar einen Büroflirt an. Insgesamt stehen eure Berufssterne sehr produktiv und erfolgreich und am besten sind alle Jungfrauen dran, die ihren Beruf lieben oder ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Sie werden im März wunderbar vorankommen. Am 20. März abends ist der Frühlingsanfang um 22.58 Uhr und da geht die Sonne ins Zeichen Widder und aktiviert für die kommenden vier Wochen den Bereich eurer festen Partnerschaften und Verbindlichkeiten. Dann könnt ihr vielleicht über eine gemeinsame Anschaffung nachdenken, die ihr dann im April tätigen könnt, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Aufpassen müsst ihr allerdings in den Tagen rund um den Vollmond am 21. März. Da könnte in bestehenden Beziehungen ein Wunderpunkt berührt werden, besonders wenn euer Partner Widder, Krebs, Waage oder Steinbock ist. Da dürft ihr nicht zu kritisch mit eurem Herz allerliebsten sein. Außerdem kann sich während dieser Zeit beruflich ein Konflikt ergeben und möglicherweise setzt ihr euch dann ein, um die Situation zu verbessern. Aber überlegt euch gut, wie weit ihr euch aus dem Fenster lehnen wollt, denn man könnte euch missverstehen. Für den 26. März gibt es gute Nachrichten, denn dann wandert die Venus in die Fische und für die nächsten dreieinhalb Wochen durch euer Partnerhaus. Das ist wunderbar für die Liebe. Für die Singles gibt es dann vom 26. bis zum 29. noch mal Top-Tage zum Flirten, besonders für die August-Jungfrauen. Am 28. wird dann auch der Merkur wieder direktläufig. Trotzdem hält die Phase der romantischen Verklärung noch eine Weile an. Aber ihr könnt dann wieder anfangen, Verträge zu unterschreiben. Am 31. März geht der Mars in die Zwillinge und bringt euch für die kommenden sechs Wochen Schwung im Karrierehaus, kann euch aber auch nervös und gereizt machen. Darüber reden wir dann in dem Video für den April. Jetzt geht es hier erstmal weiter mit dem Sternzeichen Waage. Hallo liebe Waage-Geborene und Waage-Ascendenten. Jetzt wollen wir für euch in die März-Sterne schauen. Die gute Nachricht zuerst, eure Herrscherin die Venus wird bis zum 25. März wunderschöne Aspekte zur Waagesonne bilden und euch mit kreativen und auch erotischen Impulsen versorgen. Das ist toll zum Flirten, da seid ihr recht experimentierfreudig und auch super für alle Waagen, die künstlerisch und kreativ unterwegs sind. Diese Phase solltet ihr ausnutzen und schauen, dass ihr eventuell andere Verpflichtungen mal hint anstellen könnt. Davon gibt es nämlich reichlich hier mit Saturn und Pluto in eurem Familienhaus. Da reißen auch diesen Monat die diversen Anforderungen bestimmt nicht ab. Nutzt euren Charme und euer Organisationstalent, um euch Freiräume zu schaffen, damit ihr das Geschenk dieses tollen Venus-Transits genießen könnt. Wenn die Familienmitglieder quengeln, spannt sie mit ein. Betrachtet euch als Team, bei dem alle mit anpacken müssen. Festliierte Waagen dürfen dabei auf tatkräftige Unterstützung durch ihren Partner zählen. Für manche Waagen, besonders diejenigen mit Geburtstag im September, zeigen sich jetzt gesundheitliche oder seelische Probleme oder der Partner erkrankt. Darauf weist Chiron hin. Deswegen seid gut zu euch selbst und akzeptiert, dass ihr es nicht jedem recht machen könnt. Da passt es gut, dass der spirituelle Neumond vom 6. März in den Gesundheitsbereich des Waagehoroskops fällt. Nutzt die Neumond-Meditation und bittet um Eingebungen und Hilfe, falls ihr eine gesundheitliche Belastung habt oder auch, wenn ihr Schwierigkeiten im Jobbereich habt. Auch da wirkt der Neumond. Wenn ihr selbst beruflich mit Spiritualität, Heilen und Helfen zu tun habt, bekommt ihr bestimmt wertvolle Impulse für eure Heilarbeit. Denkt daran, dass der Merkur dort auch rückläufig wird, und zwar vom 5. bis zum 28. März. Deswegen müsst ihr mit viel Achtsamkeit und Fingerspitzengefühl vorgehen. Besonders gut für eure Kreativität und um Unterstützung zu halten, sind der 13., 14. und der 17. März. Und am 20. März abends um 22.58 Uhr ist der Frühlingsanfang. Dann geht die kommenden vier Wochen euer Partnerhaus. Und auch in derselben Nacht ist dann auch der Vollmond in eurem Zeichen und er aktiviert den Chiron. Deswegen solltet ihr in diesen Tagen besonders gut auf euch und auch auf eure Herzallerliebsten aufpassen. Eure wunden Punkte können sich bemerkbar machen und da solltet ihr zusammenhalten und euch gegenseitig unterstützen. Für alleinstehende Wagen, die sich ihre Zeit frei einteilen können, sind das faszinierende Tage zum Flirten und Kreativsein. Und ihr habt zwischen dem 19. und 22. auch einen Lottoaspekt. Da könnt ihr mal euer Glück versuchen. Am 26. geht die Venus ins Zeichen Fische und in euer Berufshaus und auch ins Haus der Heilung. Und sie aktiviert dann noch mal die Neumondthemen. Wenn ihr euch da also was Gutes vorgenommen habt, wird euch eure Schutzpatronen bis zum nächsten Neumond dabei helfen, das umzusetzen. Und es hilft auch, dass der Merkur am 28. wieder direktläufig wird und die angedachten Prozesse und Ideen kommen dann allmählich in Gang. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Der Mars wechselt am 31. ins Zeichen Zwillinge und bildet dann für die kommenden sechs Wochen einen schwungvollen Aspekt zur Waagesonne. Gut für eure Lebensfreude, zum Pläne schmieden und zum Reisen. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem Horoskop für den April. Und hier widmen wir uns als nächstes dem Skorpion. Hallo meine lieben Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Auch im März habt ihr noch viele positive Tendenzen. Allerdings stehen die Liebesplaneten etwas quer zu eurer Sonne. Der Mars wandert noch bis Ende des Monats durch euer Partnerhaus. Das bringt oft eine Tendenz, sich mit dem Partner oder auch Geschäftspartner anzulegen. Aber im März wird das durch viele andere gute Aspekte abgemildert. Außerdem ist es eine gute Konstellation für Skorpion-Damen, für Flirts und Begegnungen mit attraktiven Verehrern. Ab dem 5. März ist der Merkurückläufig. Das fördert Missverständnisse und emotionale Reaktionen. Das kann auch euch betreffen, wenn ihr im Gespräch zu sehr in eine Kampf- oder Verteidigungshaltung geht. Aber im Allgemeinen kriegt ihr ziemlich gut mit, was in eurem Gegenüber vor sich geht. Und wenn ihr ein bisschen Diplomatie und Sanftmut walten lasst, könnt ihr Streitigkeiten vermeiden und kommt sogar richtig gut an bei anderen Menschen. Ihr wirkt dann nämlich souverän und überzeugend. Und wahrscheinlich bekommt ihr, was ihr wollt, ohne dass ihr euch dafür überhaupt streiten müsst, weil ihr auch auf die Bedürfnisse der anderen achtet. Der spirituelle Neumond am 6. März steht super für euch. Er lässt eure Fantasie und Lebensfreude aufblühen. Und ihr könnt über eure persönlichen und kreativen Ziele meditieren. Und wenn ihr einen Liebespartner habt, könnt ihr auch das große erotische Potenzial dieses Neumonds ausschöpfen und darüber nachdenken, welche sinnlichen Wünsche ihr mit dem oder der Herz aller Liebsten verwirklichen wollt. Mit dem Neumond wandert dann der Uranus endgültig ins Zeichen Stier und bildet in den kommenden sechs Jahren eine Spannung zu eurer Sonne, und zwar aus dem Partnerhaus heraus. Und es merken als erstes die Oktoberskorpione. Das kann sehr prickelnd sein, um neue Leute kennenzulernen, aber bei manchem steht dann die feste Partnerschaft auf dem Prüfstand. Bitte informiert euch darüber in meinem Jahrbuch oder auch in dem Video über Uranus im Stier, Wind des Wandels. Die Venus läuft durch den Wassermann und bildet eine Spannung zur Skorpionsonne. Das kann aber ganz anregend sein, weil sie experimentierfreudige und intellektuelle Momente reinbringt. Außerdem zeigt sie, dass ihr wahrscheinlich Besuch von netten Leuten bekommt oder zu Hause schöne Zeit mit der Familie verlebt. Aber erwartet nicht, dass die anderen alles machen. Ihr könnt auch selbst die Initiative ergreifen und zum Beispiel zu euch einladen. Top-Tage für euch sind neben dem Neumond selbst auch der 15. und 16. März. Am 20. März abends um 22.58 Uhr ist dann der Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. In derselben Nacht haben wir noch den Vollmond und all das aktiviert den Chiron, der bei euch im Gesundheitshaus steht. Es kann sein, dass ihr in den Tagen rund um diesen Vollmond etwas schwächelt. Passt dann bitte auf euch auf. Abgesehen davon aktiviert die Sonne für die kommenden vier Wochen im beruflichen Bereich eures Horoskops und zeigt an, dass ihr im Laufe des Aprils im Job und finanziell einige Erfolge erzielen könnt. Am 26. März geht die Venus ins Zeichen Fische und bildet dann für dreieinhalb Wochen wunderbare Aspekte zur Skorpionsonne. Alles Schöne, was ihr euch zum Neumond vorgenommen habt, wird dann nochmal mit den liebevollen und beziehungsstiftenden Kräften der Venus aufgeladen. Für Singles gibt es bis zum Monatsende noch prickelnde Super-Aspekte, um jemanden kennenzulernen. Am 28. wird der Merkur wieder direktläufig und eventuelle Missverständnisse lassen sich aufklären, wobei aber die Stimmung weiterhin sehr romantisch und gefühlvoll ist. Soweit also eure Sterne im März und als nächstes wollen wir uns dem Schützen zuwenden. Hallo ihr lieben Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten, herzlich willkommen zu eurem Horoskop für den März. Jupiter und Venus, die beiden kosmischen Wohltäter, stehen auf eurer Seite. Davon profitiert ihr sowohl persönlich wie auch beruflich und da sind besonders alle Arten von Vermarktung und Werbung begünstigt und auf der persönlichen Ebene werden eure lokalen Beziehungen und eure nachbarschaftlichen Kontakte blühen und gedeihen. Aber ihr müsst immer darauf achten, ganz deutliche Botschaften zu formulieren und damit rechnen, dass es zu Missverständnissen kommt, denn der Merkur wird am 5. März rückläufig und das in Spannung zu eurer Sonne. Er befindet sich bei euch im vierten Haus der Familie, deshalb bemüht euch auch bei allen Angelegenheiten rund um euer Heim und eure Familie und klare Absprachen, damit es nicht zu Unstimmigkeiten kommt. Tragt eure Vorhaben in einem Familienkalender ein und auf der praktischen Ebene müsst ihr darauf achten, dass keine Schäden mit Wasser oder Feuchtigkeit bei euch zu Hause entstehen. Der spirituelle Neumond vom 6. März fällt auch in den Bereich eurer Familie und Herkunft. Die Neumond-Meditation könnt ihr dafür nutzen, um über eure Wurzeln nachzudenken und was ihr braucht, um zu wissen, wo ihr hingehört. Wenn ihr spirituell unterwegs seid, braucht ihr vielleicht einen Rückzugsort, wo ihr ungestört meditieren könnt. Falls ihr den noch nicht habt, könnt ihr euch in den kommenden vier Wochen einen solchen Raum einrichten oder auch einen Hausaltar. Beruflich und finanziell müsstet ihr eigentlich gut vorankommen. Wenn ihr bereit seid, euch ein bisschen anzustrengen und tüchtig einzusetzen, das sollte sich auszahlen. Nur neue Verträge und Absprachen solltet ihr möglichst auf Anfang April verlegen und ein bisschen auf Zeit spielen, wenn ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst. Liebe und Flirt stehen um die Monatsmitte herum unter besonders guten Sternen. Am 13. und 14. habt ihr Top-Tage dafür. Fest liierte können ihrer Partnerschaft besonders an dem Wochenende vom 16. und 17. März gute Impulse geben. Aber passt ein bisschen auf, als Schützten scherzt und witzelt ihr ja gerne, aber euer Schatz könnte da empfindlich reagieren, besonders wenn es ein Krebs, Skorpion oder Fisch ist. Am 20. abends um 22.58 Uhr ist der Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Das ist super für euch, denn sie aktiviert dann in den kommenden vier Wochen euer fünftes Haus der Lebensfreude und dann sprießen die Frühlingsgefühle. In diesen Tagen haben wir auch ein Göttinnen-Treffen zwischen Lilith und Venus. Beide stehen günstig zur Schützesonne. Das ist toll für Flirtende und Frischverliebte. Die Leidenschaft ist groß und der Gesprächsstoff geht euch auch nicht aus. In der Nacht zum 21. ist dann auch der Vollmond, der steht auch super günstig für euch. Aber wenn es noch kühl sein sollte, zieht euch einen Schal an, denn in den Tagen rund um den Vollmond könnt ihr euch sonst leicht eine Halsentzündung einfangen. Am 26. geht die Venus in die Fische und bringt Entspannung und liebevolle Impulse für euer Zuhause und die Familie. Und am 28. wird dort auch der Merkur wieder direktläufig und es wird wieder leichter, sich ohne Missverständnisse abzusprechen. Am 31. März wechselt der Mars in die Zwillinge und läuft dann für die kommenden sechs Wochen hier durch euer Partnerhaus. Das bringt anregende, aber auch aufreibende Begegnungen. Mehr dazu erzähle ich euch dann in dem Video für den April. Jetzt schauen wir als nächstes für das Sternzeichen Steinbock. Hallo ihr lieben Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Jetzt schauen wir für euch, wie die Sterne im März stehen. Die Venus verlässt euer Zeichen und geht in den Wassermann, in euer zweites Haus, das Geldhaus. Und das ist gut für finanzielle Angelegenheiten und steigert auch euer Selbstwertgefühl. Der Mars steht noch bis Ende März sensationell für euch und zwar sowohl produktiv und stärkend als auch sinnlich und lustvoll. Da müsstet ihr eigentlich auf allen Ebenen auf eure Kosten kommen, wenn ihr euch nur genug Zeit nehmt, euch auch ein bisschen der Liebe zu widmen. Wie immer habt ihr nämlich sehr viel zu tun und zu bewegen und tragt viel Verantwortung. Das zeigen Saturn und Pluto im Steinbock. Und viele Steinbock-Geborene sind auch dabei, massiv Dinge in ihrem Leben zu verändern und zu transformieren. Pluto steht jetzt Anfang der dritten Dekade. Bitte informiert euch doch dazu auch nochmal in meinem Jahrbuch. Da stehen auch die Geburtstagskinder drin, die diesen wichtigen Aspekt empfangen. Der Eintritt von Uranus in den Stier ist für euch sehr günstig, denn der Ideenplanet erfrischt und inspiriert euch in den kommenden sechs Jahren und bringt gute neue Impulse in euer Leben. Als erstes spüren das die Dezember-Steinböcke. Auch das habe ich in meinem Jahrbuch genau erläutert und euch die Geburtstagskinder genannt. Etwas heikel ist, dass der Merkur am 5. März in den Fischen rückläufig wird. Es wird schwierig, klare Absprachen zu treffen, weil die Beteiligten aneinander vorbeireden. Jeder hat so seine Vorstellungen und geht von etwas anderem aus. Also fragt lieber nochmal nach und stellt sicher, dass zum Beispiel die Termine bei allen richtig im Kalender stehen. Und nehmt Rücksicht auf die Gefühle anderer, damit es nicht zu Verstimmungen kommt. Gut dran sind alle Steinböcke, die künstlerisch und kreativ tätig sind. Da werden die Ideen nur so sprudeln. Zumal in diesem Bereich auch der spirituelle Neumond vom 6. März fällt. Ihr könnt ihn entweder nutzen, um fantastische Eingebungen für eure jeweiligen Projekte zu erhalten oder um über eure persönliche spirituelle Ausrichtung nachzudenken und selbst Botschaften zu formulieren. Ihr seid auf jeden Fall sehr inspiriert, müsst aber eben darauf achten, wie eure Meinung bei den anderen ankommt. Für die Liebe ist besonders wichtig, dass der Mondknoten durch euer Partnerhaus läuft. Er kommt im Laufe des Monats in Kontakt mit Pluto. Das heißt, dass sich manche Steinböcke von Vergangenem lossagen müssen, um in eine neue Zukunft mit neuen Leuten zu starten. Das kann die Partnerschaft, aber auch den Beruf betreffen. Top-Tage für die Liebe habt ihr am 15. und am 16. März, sowohl zum Kennenlernen als auch für den zärtlichen Austausch bei den Festgeirten. Am 20. März, abends um 22.58 Uhr ist dann der Frühlingsanfang und die Sonne geht ins Zeichen Widder und in den Stunden darauf haben wir den Vollmond. Und das alles steht in Spannung zur Steinbocksonne und aktiviert den Chiron. Und der steht bei euch im Bereich der Familie. Wenn es also einen Konflikt in der Familie gibt, könnte dieser sich rund um den Vollmond bemerkbar machen, eventuell auch durch eine Erkrankung bei euch oder einem Familienmitglied. Seid also um den Vollmond besonders achtsam. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euren Familienbereich und euer Heim. Vielleicht bekommt ihr Lust auf Frühjahrsputz oder ihr habt Besuch. Jedenfalls ist da viel los. Am 26. geht die Venus in die Fische und steht dann dreieinhalb Wochen harmonisch für euch. Und am 28. wird der Merkur wieder direktläufig. Beides macht euch charmant und einfühlsam und man hört euch gerne zu. Und alles weitere erfahrt ihr dann in meinem Video für den April. Und jetzt wollen wir uns dem Sternzeichen Wassermann widmen. Hallo liebe Wassermanngeborene und Wassermann-Ascendenten. Ach, ihr habt so gut. Liebesgöttin Venus wandert durch euer Zeichen und Wohltäter Jupiter ist euch ebenfalls wohlgesonnen. Freundschaft, Liebe und Flirt stehen diesen Monat unter sehr guten Sternen. Ihr kommt einfach gut an und eure Freunde haben Spaß dran, etwas mit euch zu unternehmen. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, wirkt jetzt die Lilith im Wassermann auf euch. Das macht euch eigenwillig und kreativ. Hoffentlich habt ihr die Zeit und den Freiraum, von diesen Kräften etwas umzusetzen. Und das gilt für den ganzen Monat. Wenn ihr im Januar Geburtstag habt, empfangt ihr jetzt den Spannungsaspekt von Uranus im Stier und seid wahrscheinlich schon dabei, wichtige Veränderungsprozesse in eurem Leben einzuleiten, was nicht immer ganz einfach wird. Bitte informiert euch über diesen super wichtigen Transit in meinem Jahrbuch und ihr könnt euch auch nochmal das Video über Uranus im Stier anschauen. Es heißt Wind des Wandels. Bedenkt bitte, und das gilt jetzt für alle Wassermanngeborenen, dass eine allgemeine emotionale Empfindlichkeit in der Luft liegt und achtet darauf, dass ihr die Menschen, die euch wichtig sind, nicht vor den Kopf stoßt. Das kann nämlich passieren mit all der Lilith- und Uranus-Power und auch, weil der Mars im Stier in einer Spannung zu euch steht. Und das macht euch tendenziell so ein bisschen gereizt. Vor allem Störungen zu Hause oder im Familienleben regen euch auf und dann ist schnell etwas gesagt, was man vielleicht hinterher bedauert. Zum Glück hilft euch die Venus dabei, charmant und versöhnlich auf andere zuzugehen. Am 5. März wird der Merkur in den Fischen rückläufig und zwar bei euch im Geldhaus. Ihr solltet euch also finanziell zurückhalten und auf neue Verträge möglichst ganz verzichten. Die Gefahr, dass jemand versucht, euch zu übervorteilen, ist groß. Der spirituelle Neumond am 6. März fällt ebenfalls in euer zweites Haus. Und das ist ja auch der Bereich des Selbstwerts. Nutzt doch die Neumond-Meditation, um über euren seelischen Reichtum nachzudenken und über die Wertschätzung, die ihr euch von anderen wünscht, um euch auch wertvoll zu fühlen. Auch die spirituelle Bedeutung des Geldes als Form von Energie könnte ein interessantes Thema sein. Aber umsetzen solltet ihr eure Erkenntnisse darüber erst im April. Die beste Zeit, um trotz rückläufigem Merkur etwas zu unterschreiben, wenn es nicht anders geht, ist zwischen dem 16. und dem 20. März. Und am 20. März abends um 22.58 Uhr ist dann auch der Frühlingsanfang und die Sonne geht ins Zeichen Widder. Und sie steht dann für die kommenden vier Wochen sehr günstig für euch. In der Nacht zum 21. März ist dann auch der Vollmond auf der Widder-Vageachse. Er steht positiv und für euch und macht euch tendenziell ein bisschen übermütig. Zumal wir gleichzeitig auch noch diesen Spannungsaspekt zwischen der Lilith und der Venus haben und dem Mars. Gleichzeitig guter Aspekt mit Jupiter ist alles so eine Übermutskonstellation. Da müsst ihr also ein bisschen aufpassen. Das ist ein ganz toller Aspekt, um eine heiße Affäre anzufangen, aber natürlich nicht, wenn ihr schon gebunden seid. Ist ein bisschen prickelnd und gefährlich, diese Konstellation. Denkt bitte daran, die Gefühle anderer nicht zu verletzen, damit ihr das genießen könnt. Am 26. geht die Venus in die Fische und läuft dann für dreieinhalb Wochen durch euer Geldhaus und ab dem 28. wird genau dort der Merkur wieder direkt läufig. Und am 31. wechselt der Mars in die Zwillinge und steht dann für sechs Wochen super günstig für euch. Das gibt euch Schwung und viele neue Ideen. Ihr könnt euch also schon mal auf einen produktiven April freuen. Das waren eure Sterne im März und als nächstes wollen wir uns dem Sternzeichen Fische widmen. Hallo ihr lieben Fischegeborenen und Fische-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im März Geburtstag habt. Viele Planeten stehen günstig für euch, allerdings wird der Merkur in eurem Zeichen am 5. März rückläufig. Wenn ihr euren Geburtstag feiern wollt, achtet also darauf, dass alle Gäste eine Einladung erhalten und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenkommen. Es liegen einige Missverständnisse in der Luft, vor allem weil Menschen ihre ganz eigenen Vorstellungen von etwas haben und wenn man das nicht abgleicht, findet man nicht zusammen oder redet aneinander vorbei. Die Venus steht bis zum 25. März im Wassermann ein bisschen zurückgezogen. Es scheint diesen Monat eher um euch zu gehen als um eure Partner und ihr braucht zwischendurch ein bisschen Rückzug. Weil die Menschen im Moment emotional so empfindlich sind, solltet ihr aber nicht einfach abtauchen, sondern liebevoll darüber reden, wenn ihr Zeit für euch braucht. Der Neumond der Spiritualität am 6. März fällt mitten in euer Zeichen und ihr könnt die Kraft eures Herrschers Neptun gewissermaßen anzapfen. Das ist wunderbar für Fantasie, Kunst, Romantik und Kreativität und begünstigt die natürliche Verspieltheit und Empathie der Fischegeborenen. Dieser Neumond ist der wichtigste im ganzen Jahr für euch, deshalb lasst euch darauf ein und nutzt die Neumond-Meditation, um über euer neues Lebensjahr nachzudenken. Die Vorstellungskraft ist das A und O, um Wünsche zu manifestieren und mit dieser Konstellation könnt ihr eine große Wunschkraft für euer Jahr entwickeln. Weil der Merkur rückläufig ist, müsst ihr darauf achten, dass ihr eure Wünsche ganz klar formuliert. Denkt an den Spruch, pass auf, was du dir wünschst, es könnte wahr werden. Am 8. und 9. März stehen die Sterne gut für eine Geburtstagsparty, aber die besten Top-Tage sind der 15. und 16. März. Beruflich könnt ihr diesen Monat sehr produktiv sein und gut vorankommen, weil der Mars sehr günstig für euch steht. Besonders Fische, die aktiv mit einem beruflichen Netzwerk arbeiten, haben viele Möglichkeiten. Außerdem seid ihr besonders inspiriert, wenn ihr in einem kreativen Beruf arbeitet. Nur müsst ihr auch im Job darauf achten, dass keine Missverständnisse entstehen und dass alle an einem Strang ziehen und die gleiche Vorstellung davon haben, wo es hingehen soll. Gegebenenfalls lieber nochmal nachfragen, statt einfach loszulegen. Am 20. März spätabends um 22.58 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne geht ins Zeichen Widder und in der Nacht zum 21. ist dann auch gleich der Vollmond. In dieser Zeit sind viele Leute sehr angespannt und wir haben eine etwas heikle Konstellation mit der Venus und der Lilith. Wenn jemand euch Vorwürfe macht oder unter Druck setzt, taucht ihr ganz schnell ab oder ihr wendet euch euren Freunden zu, denn mit denen könnt ihr gerade richtig was auf die Beine stellen. Aber lasst es nicht zu schweren Unstimmigkeiten kommen in der Liebe, denn die Krise ist nur kurz. Ab dem 26. März geht die Venus für dreieinhalb Wochen durch euer Zeichen und dann kommt in der Liebe alles wieder in Ordnung. Am 28. März wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und eventuelle Missverständnisse lassen sich dann klären. Am 31. geht der Mars in die Zwillinge und bildet dann für die kommenden sechs Wochen eine Spannung zu eurer Sonne. Dann wird es etwas hektischer. Mehr darüber erfahrt ihr dann in meinem Video mit den Sternen für den April. Das war meine astrologische Prognose für den März. Für eine persönliche Beratung zu eurem Horoskop könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Auch wenn das Jahr schon angefangen hat, lege ich euch nochmal mein Jahrbuch ans Herz, denn da könnt ihr einfach alles, was wichtig ist, jederzeit nachschlagen. Vor allem auch die Geburtstagskinder, die besondere Aspekte empfangen. Und ihr erfahrt, was die Planeten das Jahr über so machen, wann sie das Zeichen wechseln und so weiter. Sehr nützlich. Ich schreibe euch die Links zu bestellen unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. März. Das hatte ich leider im letzten Video falsch angesagt, also nicht der 30. sondern der 29. März um 18.30 Uhr. Und da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Und danach gibt es wieder einen Termin am Freitag, den 12. April. Und wir kommen zur Verlosung. Da gibt es ganz exklusiv mein neues Transithoroskop zu gewinnen, also eure persönlichen Planetentransite für zwölf Monate. Das heißt praktisch ein schriftliches Jahreshoroskop. Das gibt es noch gar nicht online zu kaufen, aber ihr werdet es demnächst online bestellen können. Natürlich erfahrt ihr als Erste, wann es herauskommt. Um an der Verlosung teilzunehmen, braucht ihr mir hier nur einen netten Kommentar zu posten und meinen Kanal zu abonnieren oder das Video zu teilen. Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft, mehr Leute zu erreichen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr automatisch erfahrt, wenn ich neue Videos hochlade. Also einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Eintritt von Uranus in den Stier solltet ihr euch unbedingt nochmal mein Video Wind des Wandels anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtig sind auch die Videospecials über Chiron im Widder und den Mondknoten im Krebs. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.